ok was in aller welt ist das was in aller welt das Ding kommt gleich hier rein Brandbomben haben wir ok nehmen wir uns mal auf für das Ding weil es gleich reinkommt da ist es ja nein man mein Gott Leon du warst doch die ganze Zeit hier du kleiner du kleiner Miststück du wo ist das hässliche Ding Kraut 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 ist immer gut wie haben wir denn noch wieviel leben ok müssen wir aufladen so kommt immer dieser komische was auch immer das gerade war ist abgebrannt ja mit angegriffenen Händen da ist noch so eins da ist noch so ein Händen was macht sie denn hier nicht einfach nur ein Weg rum hier sind überall Knarren die müssen sich doch einfach ohne Erste Hilfe Spray Spray wo war das haben wir es eingesammelt aber da ist es mein Gott da werde ich immer genauer ausweg schieße das machen wir es mal den Typen da hinten wieso kann der denn immer ausweichen ok der ist tot Leon macht das ach du schreck ey ach du schreck warum da liegt die raus rum zack 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 alles änd sido alles z плюс woa Schau, schau, schau! Geh' den Scheiß da oben! Geh' den Scheiß da oben! Komm' jetzt endlich mal da oben! Lass uns hier raus! Okay. Geh' deine Scheiße hier! Für die Linie! Ja, hätte er diese scheiß Rollner nicht früher runter lassen können. Oh, der hat uns gerade echt die Tür ins Gesicht geschlagen. Heftig. Guck mal hier, ein bisschen Kraut. Guck mal hier raus. Wir warten nicht auf Ready-Stragglers. Ready-A-M-Fair. Wenn jetzt hier so viel Zeug drin liegt, ey, hier muss doch... Irgendwas kommen gleich. Ich kann jetzt welchen Fernseher, die kommen hier, kommen sie nicht, glaube ich, oder? Nee, die kommt aus dem hier, denke ich mal. Ist doch so dunkel hier. So ein bisschen mehr Licht wir haben angebracht. Alles klar, hier kommen sie rein. Mann, ich müsste mal gezielte Schüsse machen. Ich baller die ganze Zeit... Ja, warum springt der denn immer genau auf mich, ey? Das kann doch nicht sein, ich bin ganz hinten und der springt durch alle Leute durch genau auf mich rauf. Genau auf mich rauf. Verfass dich hier, verfass dich, Alter. Hau ab. Mann, ey. Das ist auch so mega eng hier. Der repariert ja irgendwas? Oh, das ist okay. So. Oh, das Kraut. Was macht das? Scheiße. Es hilft, es sprayen, das wir glaube ich gleich mal nehmen. Mach einfach jetzt mal scheiß drauf, ey, komm. Wir wollen dich nicht. So, sieht ja schon ganz gut aus. Ich hoffe, der Junge wird mal fertig hier. Was ist da? Jawoll. Jawoll. Oh, Munitionsgleich der von der Waffe, ey, krass. Hatt' ich ja schon lange nicht mehr. Dass die Munition von der Pistole leer wird. Nice. Da, wir haben ein bisschen Munition gesammelt. Wir müssen einfach mal gezielte Schüsse machen. Gezielte Kopfschüsse. Weil ich einfach so wild rumballern. Ja, nice, nice, nice. Ich sehe irgendwas drunter. Warum haben denn alle Türen so eine Riegel? Komisch. Komm, ich muss da irgendwas. Ah, untersuchen. Was war das? Alter. Nein. Was für ein Fettig. Das gibt's nicht. Scheiße, was ist das denn? Und Ding brennig ab. Komm her. Egal. Schmoren der Hölle. Zurück, zurück, zurück. In einen anderen Raum. Was in aller Welt ist das? Hilfe! Weg, weg! Oh, du bist doch dumm! Warum kannst du nicht ausweichen, ey? Oh, hör auf, hör auf. Okay, wir müssen einfach mal gucken. Da war's halt nicht umrennen, das Ding. Wenn ich hier rein renne, dann war wieder rüber. Ey, wie kann man denn so dick werden? Komm, das Ding ist jetzt mal zwei Meter groß. Er frisst ihn. Keine Muni mehr. Ja, guck dir mal an, das ist doch dumm, dass er wieder genau auf mich rauf springt. Genau dann. Nein. Ah, ich kann grad nicht schießen. Der wollte grad uns schlagen. Letztliche dicke Ding, hau ab! Die chillen hier rum, was macht ihr denn hier? Ihr solltet mal mithelfen, ey. Gosh! Fällt mir nix zu einem. Wah, wah, wah! Weg, weg, weg! Oh, dicke Ding, dicke Ding! Dicke Ding, dicke Ding! Nein! Komm, Alter! Ey, das ist aber... Dafür geht ja das Ganze raus. Und wie viel... Nee, komm. Ich hab ihn jetzt mit der Pumpkan ins Gesicht geschossen. Trotzdem greift er mich an, ey. Das ist das... echt nicht mehr feierlich. Ha! Weich aus! Oh, gosh! Ey. Sag mal, wie viel hält der denn aus? Das ist doch nicht mehr normal. Weich aus! Weich aus! Weich aus! Weich aus! Ah, jetzt geh doch mal! Jetzt... Oh, stopp, ey. Einfach durch die Tür durchgehen. Es kann doch nicht so schwer sein. Jetzt kill ihn doch mal endlich hier. Das ist dumm. Das ist doch nicht zu fassen, dass dieses Ding die ganze Zeit nur mich verfolgt. Das sind andere Leute, die er verfolgt nur mich. Die ganze Zeit. Und das Ding ist, kann man irgendwie... Gibt's irgendwie... Kann man das überhaupt killen? Geht das überhaupt? Jetzt... Endlich, ey. Ey, das ist doch nicht zu fassen hier. Ey, mein Gott. Komm, los! 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 Hallo! Komischerweise sind die irgendwie noch andere Typen ständig, die mich ganz angreifen. Warum immer nur mich? Ey, Kraft ist halt nicht hier, ey. Oh, ich bin gerade richtig am Schwitzen. Was war hier? Achso. Ja, man kann doch die Tür benutzen. Das ist einfacher, glaube ich. Gott. Gut, dann gehen wir mal durch. Er rettet ihn, komm. Die machen das. Nicht schon wieder so ein... Färst du da bummer? Oh, das könnte ich nicht klein jetzt. Ich weiß, das war ein bisschen dumm. Es ist mir jetzt egal, Alter. Komm. Das Ding muss weg. Nice. Schöner Kick. Aber wie... Wie soll man das jetzt schaffen? Wie soll man dieses Riesending... Hier oben auf der... Es ist down. Es ist down. Da ist so ein hässliches... So ein... 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 Ja, mach auf! Ja, mach auf! Und runter, 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 runter! Gott! Ist das ein Krimi! Wuuuh! Und rein da in den schönen Bus. Oder auch nicht. Wieso können wir nicht rein? Achso, da fehlt noch einer. Uiuiui. Nä. 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 Kann doch nie wahr sein, ja. Was ist denn das? Ja, was kotzt uns schon wieder an hier? Ähm, warum? Ja, wir brennen ein bisschen. Alles klar. Der ist ein Zombie nicht mehr. Was macht denn der Zombie hier? Der verwandelt sich. Ach du Scheiße. Ne, nicht zu diesem hässlichen Ding hier. Okay, da zwei haben wir uns verlassen. Zwei Leute sind vor uns gegangen. Der spring gleich. Oh mein Gott. Jesus Christ. Oh ja, komm. Ja, schön rüber. Schön rüber. Ohhhh. Geil. Und was mit dem anderen, der jetzt im Bus drin ist. Der ist auch weg. Alles klar. Geil. Das war das erste Kapitel. Okay. Treffergenauigkeit Rang B. Tode Rang A. Was bedeutet das alles? Genauigkeit 60%. Naja. Tode 2. Zeit 1 Stunde 34 Minuten. 208 Zombies gekillt. Einen im Sprung befinde ich einen Gegner mit einem Kopfschuss getötet. Ah, keine Ahnung was das bedeutet. Also ich glaube A ist ganz gut, wenn es jetzt nach Schulnoten geht. Naja. Gut. Dann ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, um jetzt hier das Spiel glaube ich auszumachen. Die Aufnahme zu stoppen, weil ich muss in einer Stunde ist ein Neujahr. Muss wir jetzt ein bisschen spoten. Schleuder in die Dusche stellen und dann passt es alles. Was ist das jetzt hier? Ah, wir können uns Waffen kaufen. Ah, wir haben... Mh, mit Fähigkeitspunkten. Ja, was kann man das dann leisten hier? Ähm. 10.000 Nahkampf. Geringfüge, Erhöhung der Stärke, ne? Ja, geringfügig ist ja blöd, ne? Das ist ja doch nicht der Sinn. Geringfügige Reduzierung des erlittenden Schadens. Ist glaube ich nicht verkehrt. Ups. Kaufen wir einfach mal. Erfolg. Geil. Ähm. Blum, 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 blum. Rückstoß, wie Abfall an einer Waffe. Ruhige Hand. Gut, machen wir das mal noch. Oh. Stufe 2 kostet 31.000. Heftig. Erhöhung der Stärke von Angriffen gegen Zombies Ja, machen wir einfach mal Mein Gott, was soll's ne, was soll's So, und jetzt gehen wir, wie gehen wir das weiter machen Zurück Verlassen So, wunderbar